Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Ja, ich wollte heute nochmal die Gelegenheit nutzen auf ein allerletztes Video in diesem Jahr 2018. Bald geht es ab ins neue Jahr 2019. Wollt euch einfach allgemein einen guten Rutsch wünschen, einen schönen Abend, dass ihr ihn gut verbringt und ja, viel Gesundheit und viel Glück fürs neue Jahr 2019. Ich werde dann auch 2019 wieder durchstarten mit den Videos, ganz klare Sache und ja, ich hoffe ihr habt viel Spaß bis dahin und wir sehen uns dann im neuen Jahr wieder. Also macht es gut und viel Spaß heute Abend. Feiert es brav, aber nicht zu viel. Schön brav bleiben und ja, macht es gut, haut rein. Ciao, ciao Leute.